Herzlich willkommen bei der Schnee Elektrostatik GmbH. Heute dreht sich bei uns alles um die elektrostatische Beflockung und deswegen neben mir Leo Ott, unser Vlog-Experte. Leo, in kurzen Sätzen beschrieben, was ist die elektrostatische Beflockung? Elektrostatische Beflockung ist ein Aufbringen von Kunststofffasern in der Regel auf ein Substrat, wo ich vorher einen Klebstoff appliziert habe. Das ist so die simple Darstellungsweise. Und diese Vlog-Fasern, aus was für Materialien sind die in der Regel? Hauptsächlich aus PA-Polyamid oder PE-Polyester. Das sind so die meisten, die verwendet werden. Es gibt auch noch andere, aber da wird man dann speziell mal dazu kommen. Genau, da machen wir ein spezielles Video drüber. Aber wenn du mir sagst, Polyester, Polyamid, das sind ja alles nicht Leiter. Wie kann ich die elektrostatisch überhaupt applizieren? Also es ist so, dass wir die Vlog-Faser bei der Herstellung mit einem Überzug versehen, einer Präparation, damit die Faser an der Außenhülle live fähig wird und überhaupt Energie aufnehmen kann. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir schauen uns das gleich mal im ersten Praxisbeispiel an. Ich habe dazu einen kleinen Versuch mitgebracht. So, wir haben jetzt hier also einen kleinen Praxisversuch aufgebaut. Dazu habe ich unseren Mini-Flocker verbunden mit der Erde auf diese Elektrode. Das heißt, das wäre unser Werkstück in der Beflockung. Das hier wäre unsere Flock-Elektrode, die nachher an Hochspannung liegt. Und dann haben wir hier eine Flock-Faser. Das wäre jetzt eine Flock-Faser, bevor sie eine Präparation bekommt. Nämlich eine Kunststoffkugel, die isolierend ist. Wenn ich die hier einhänge und jetzt die Flock-Elektrode mit Hochspannung beaufschlage, sehen wir gar nichts, weil sich die Flock-Faser nicht aufladen kann, weil ihr die Präparation fehlt. Wenn ich jetzt diese Flock-Faser auswechsel gegen eine präparierte Flock-Faser, in unserem Fall ist die Präparation ein Grafit-Lack, der leichtfähig ist. Und man sieht, wir hatten schon noch Restladung auf der Flock-Elektrode und deswegen hat die Flock-Faser, oder unsere Kugel in dem Fall, schon angefangen zu springen. Jetzt nochmal mit Hochspannung. Sehen wir also wunderschön, wie die Flock-Faser im Feld hin und her springt. Warum tut sie das? Ganz einfach. Gleichnamige Ladungen stoßen sich ab, gegennamige Ladungen ziehen sich an. Das heißt, wir haben hier eine negativ geladene Hochspannungselektrode. Die Flock-Faser, die leitfähig ist, lädt sich somit auch negativ auf, weil sie in Kontakt ist und wird abgestoßen. Im gleichen Moment wird sie von der geerdeten Elektrode angezogen. Wenn sie die geerdete Elektrode berührt, entlädt sich unsere Flock-Faser oder die Kugel in diesem Beispiel und wird von der geerdeten Elektrode wieder abgestoßen und angezogen von der Flock-Elektrode, die an Hochspannung liegt. Und dieser Prozess wiederholt sich eben so lange, bis die Ladung abgebaut ist. In der praktischen Beflockung würde die Flock-Faser im Feld natürlich nur so lange hin und her springen, bis sie im Klebstoff steckt. So, ich glaube man hat eindrucksvoll gesehen, wie die Flock-Faser im Feld hin und her springt, aber die Flock-Faser und das elektrische Feld sind jetzt zwei Komponenten der Beflockung. Die dritte Komponente, die mindestens genauso wichtig ist, ist unser Klebstoff. Was gibt es da zu beachten? Also beim Klebstoff ist es so, dass es verschiedene Systeme gibt und wichtig ist, dass man auch die richtige Klebstoffauftragsstärke hat. Dazu gibt es eine generelle Faustformel, wo man sagt, ein Zehntel der Faserlänge sollte der getrocknete Klebstoff nachher sein, um die Faser sicher festhalten zu können. Das heißt, ich muss aber auch beachten, wenn ich den Klebstoff feucht auftrage, dann schrumpft er noch beim Aushärten und ich muss entsprechend mehr im nassen Zustand auftragen. Wahrscheinlich abhängig vom Klebstoffsystem, richtig? Genau, da die verschiedenen Systeme verschiedene Anteile an Feststoffen drin haben, ist es so, dass es natürlich beim Trocknen zum differenzierenden Schwund kommt und man sagt normal, beim Wässrigen sind es ungefähr 50 Prozent, bei Lösemittelsystemen kann man auch schon im Lassenzustand weniger auftragen. Also generell bei einer Millimeterfaser gehen wir davon aus, 100 µ getrocknet muss ich 200 µ auftragen. Gut, ich würde auch vorschlagen, zum Thema Klebstoff machen wir auch nochmal ein gesondertes Video. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle ist wieder Praxis angesagt. Leo, hol dein Equipment und zeig uns mal, habe ich mir richtig beflockt. Okay. Praktische Beflockung. Leo, was hast du mitgebracht? Ich sehe schon, du hast das neue Hobbyflocker Pro Set mitgebracht. Du hast einen Klebstoff dabei, eine geerdete Platte. Erzähl mal. Also, ich habe den Miniflocker Pro dabei und das Ganze ist neu in dem Gerät, dass wir jetzt mit einem Lithium-Ionen-Akku arbeiten. Das heißt, wir sind kabelunabhängig und auch nicht normale Batterie, sondern wir haben einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku drin. Wir haben einen Applikator beim Set dabei, der Eigenheit hat, dass er keine Metallplatte als Elektrode innen drin hat, sondern der hat hier ein leitfähiges Harz. Ist dadurch wesentlich besser zu reinigen bei Farbwechsel und diesgleichen. Und wir haben im Set auch ein entsprechendes Sieb dabei, was dann später auch in verschiedenen Lochgrößen verfügbar ist für verschiedene Arten oder Längen von Flock. Und das weitere ein Artkabel. Genau, das ist ganz wichtig. Das brauchen wir. Das Artkabel kann man hier hinten stecken. Man kann auch jedes weiter beliebige Kabel hier direkt einklemmen. So, und was auch noch im Set dabei ist, ist natürlich das Ladegerät für den Lithium-Ionen-Akku. So, der Applikator wird einfach aufgeschraubt. Das heißt, die zwei verschiedenen Größen an Applikatoren, die es gibt, kann man sehr schnell wechseln. Es wird einfach der Flock eingefüllt und das entsprechende Sieb aufgebracht. In unserem Fall ist es jetzt ein mittleres Sieb und ein 1 mm 3,3 D-Tex Polyamid Flock, was eigentlich Standard ist in der Branche. Gut, und wie ich sehe, du wirst den Klebstoff aufwalzen, richtig? Genau. Normalerweise ist es so, dass man den Klebstoff in verschiedene Arten auftragen kann. Das weitverbreiteste ist mitunter vor allem in dreidimensionaler Beflockung das Spritzen vom Klebstoff. Aber da haben wir jetzt also die Möglichkeit nicht. Man kann ihn auch genauso rollen, rakeln und so weiter. Je nach Klebstoffart. Es gibt verschiedene Klebstoffe für die verschiedenen Auftragssysteme. In dem Fall haben wir jetzt ein Lösemittelkleber, den wir einfach aufrakeln oder aufrollen. Ich rolle den Klebstoff einfach jetzt hier auf in dem Bereich, wo wir beflocken wollen. Wichtig ist, dass man es nicht zu dünn aufträgt. Also man soll schon eine Schichtige, wie wir vorher gehört haben, am Klebstoff haben, damit sich die Flockfasern gut verankern können. Die Klebstoffe selber kann man auch in verschiedene Farben einfarben, je nach Flock, was man verwendet an Farbe. So, jetzt haben wir da mal den Kleber drauf. Wir legen das Ganze auf eine Metallplatte, die wir mit der Erde verbunden haben. Dadurch haben wir einen guten Gegenpol. Und ganz wichtig ist, wir starten die Beflockung nicht über unserem Klebstoff, sondern immer daneben. Ich aktiviere und gehe jetzt einfach mal über das zu beflockende Teil in leichten Bewegungen. Man muss auch gar nicht so groß schütteln. Der Flock kommt sehr gut von alleine raus durch die elektrostatische Wirkung. Ich bin hier Armleuchter, weißt du? Und äh... Also... Ja... Ist doch recht. So, somit wäre das Teil beflockt. Es ist komplett beflockt. Oder der Flock liegt auch hier außen, wo kein Kleber ist. Das sieht man aber jetzt ganz schnell, dass ich den einfach abklopfen kann. Und wie man sieht, haben wir den Flock in dem Bereich, wo die richtige Klebstoffstärke vorhanden war. Soll es Bereiche geben, die zu wenig Klebstoff hatten, da wird der Flock dann nicht sein. Wie jetzt hier im Randbereich, wo die Klebstoffdicke einfach nicht dick genug war, die Flockfaser festzuhalten. Und ansonsten haben wir hier ein schönes gleichmäßiges Ergebnis. Und das würde man jetzt trocknen lassen und dann am Ende nochmal abreinigen durch Bürsten, Saugen oder Ausblasen, richtig? Genau. Üblicherweise wird das so das beflockte Teil vorgereinigt. Das heißt, den Überschussflock, den wir haben, den versuchen wir vorher wegzubringen, damit man nicht in die Trocknungssysteme verschleppt. Und vor allem, man kann den Flock auch wiederverwenden. Das heißt, man hat als Verbrauch auch nur das, was wirklich im Klebstoff nachher verankert ist. Und der andere Flock ist eigentlich immer wieder im Prozess rückführbar. Das Ganze wird getrocknet nach Klebstoffsystem, abhängig von Temperatur und Zeit. Und danach, wenn es dann getrocknet ist, ist ganz wichtig, dass man es abkühlen lässt auf Raumtemperatur. Und nicht den warmen Klebstoff anfassen mit dem Flock, weil sonst beschädigt man das Flockbild auch, sondern abkühlen auf Raumtemperatur. Und dann kann es im Prinzip abgeblasen, abgesaugt, abgeklopft werden, wie auch immer. Gut. Ich denke, das war es mal für die Grundlagen der elektrostatischen Beflockung. Ich hoffe, du war lehrreich. Leo, vielen Dank. Und ja, ich sage bis zum nächsten Video. Ich sage bis zum nächsten Video.